Übung zu Hause Bewegung bei Fuß Langes Führen bei Fuß für ein Stückchen Futter Übergehen von dem Führen von einem Welpen nach dem Stückchen Futter zum offenen Füttern mit kleinen Stückchen. Die Futter sind in der Mitte der Kugel und die Kugel. das Führen zur Position bei Fußball bringen. So. Nein. Nein. So, komm, komm, komm. So. Nein, komm mal her. Her. Nein. Nein. Komm her. So. Auf das Führen mit kleinen Stücken, wenn der Welpe in der richtigen Position ist. So. 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 Wenn das Video gefallen hat, abonnieren Sie! Und liken Sie unsere Videos! Danke!